Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Larners 1x1 zum Leben. Voll schön, dass genau du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich über jeden einzelnen Zuschauer. Heute möchte ich mit dir das Thema, du hast es bestimmt schon gelesen, innere Unruhe, Stress, Unausgeglichenheit, diese Themen möchte ich gerne mit dir besprechen, weil ich finde, ich sehe in unserer Gesellschaft immer mehr Leute, die super gestresst sind. Ich selbst bin auch immer öfters unruhig innerlich und ich möchte die Sache auf den Grund gehen und möchte dich einladen, dieses Video mit mir einfach anzuschauen und vielleicht sogar nachzumachen. Bleib gerne dran und ich bin auch gespannt, was du für Gedanken dazu hast. Lass einen Daumen nach oben da und teile mir gerne deine Gedanken dazu in den Kommentaren mit, weil ich bin super gespannt, was generell die Bevölkerung zu dem Thema denkt. Bei dem Thema Stress, bei dem Thema innere Unruhe, Getriebenheit, da glaube ich, gibt es mehrere Ursachen. Ich bin überhaupt keine Psychologin oder sonst irgendwas, aber ich kann einfach meine Erfahrungen mit euch teilen und auch die, die ich vielleicht aus meinem Umkreis mitgekriegt habe. Es gibt zum einen das Körperliche. Ich kann körperlich voll müde sein, antriebslos sein, kraftlos sein, schwach sein und das kann Ursachen haben wie zum Beispiel ein Hormonmangel, ein Nährstoffemangel. Das hatte ich zum Beispiel mal, ich hatte einfach einen Eisenmangel und habe das dann mit meinem Arzt besprochen und Blutbild machen lassen und konnte dem gegenwirken. Es gibt aber auch das Thema, dass die Schülkdrüse vielleicht schuld ist daran, dass man ein bisschen schlapper einfach ist. Es kann aber auch sein, dass man zu viel Sport macht. Wenn man jeden Tag zwei Stunden Vollgas trainiert, dann kann das den Körper stressen. Es kann aber auch genau das Gegenteil sein, dass ich gar keinen Sport mache, meinen Körper gar nicht bewege und der gar nicht weiß, wohin mit meiner ganzen Energie, mit meinen Nährstoffen durch die Nahrung aufnehmen. Das kann auch ein Grund für Stress sein. Stress wird ja auch abgebaut durch Bewegung. Oder es kann auch sein, dass du zum Beispiel Schlafstörungen hast, zu wenig Schlaf hast, dass du vielleicht zu wenig isst. Und da meine Bitte an dich, sprech gerne mit deinem Arzt, wenn du glaubst, dass das eine Ursache sein könnte für deine Antriebslosigkeit. Diese Themen möchte ich nämlich heute eigentlich nicht bespielen, sondern ich möchte mich mehr um den Kopf, um das Herz, um die Seele kümmern. Denn das ist auch etwas, was ich hauptsächlich in unserer Gesellschaft sehe, dass wir im Kopf unruhig sind, dass unsere Seelen getrieben sind. Und meine auch. Und deswegen möchte ich einfach euch in meine Gedanken mitnehmen und auch in ein Selbstexperiment. Zuerst meine Gedanken, bevor es dann zum Experiment kommt. Und zwar merke ich, dass es mir total gut tut oder dass ich mir unruhig bin, wenn ich weniger in der Natur beziehungsweise wenn ich viel draußen bin, spazieren gehe, laufen gehe, auf den Berg gehe, dann bin ich viel ausgeglichener. Und ich glaube, das hat was zu tun mit unserem Decken. Also wenn ich in einem Raum bin, in einem Haus bin, in der Arbeit, zu Hause, wo auch immer, dann habe ich immer meinen Horizont gedeckert. Ich bin immer irgendwie eingeengt von den Wänden, von der Decke und ich habe oft gar keine Möglichkeit, da auszubrechen. Und ich glaube, wenn wir mal draußen sind und einfach mal Möglichkeiten haben, einen freien Horizont zu haben, nur den Himmel über uns zu haben oder nur die Sterne und um uns herum Natur haben, dann bringt uns das auf andere Gedanken und ich glaube, unsere Seele kann dann einfach auch mal ein bisschen besser durchatmen. Ein anderes Thema, glaube ich, könnte sein, dass man zu wenig Ruhephasen einplant. Naja, du hast richtig gehört, planen muss man manchmal die Ruhe. So schnell geht Zeit für mich, Zeit für mein Herz und da in dem ganzen Alltagswahnsinn. Mein Mann und ich, wir machen das immer so, dass wir den Sonntag als Ruhetag sehen. Ja, und das ist ein göttliches, biblisches Prinzip, das wir da verfolgen. Wir glauben an die Bibel und wir glauben an Gott und er hat in sechs Tagen die Erde geschaffen, deswegen, und am siebten Tag ausgeruht, wenn er das gemacht hat, dann brauche ich doch erst recht diese Ruhe. Und wir versuchen, wir machen das nicht super streng, ja, aber wir versuchen zum Beispiel, keine Waschmaschine anzuschalten am Sonntag. Wir versuchen, den Staubsauger nicht in die Hand zu nehmen. Wenn jetzt irgendwo was ist, klar, nimmst du den in die Hand. Und freilich, du musst auch kochen und du musst die Spülmaschine auch machen. Aber einfach so kleine Sachen sind es dann oft, die dich hindern, da diesen Tag voll zu packen und zu beschäftigen. Oder zum Beispiel habe ich so eingestellt, dass mein YouTube Studios App auf meinem Handy am Sonntag nicht aufgehen kann. Da habe ich so ein Limit eingestellt und da kann ich gar nicht darauf zugreifen am Sonntag. Und das tut mir voll gut, da einfach einen Tag nicht dran zu denken. So, dann glaube ich, dass ein Thema ist, warum man oft unruhig ist, diese Dauerbeschallung. Ist dir das schon mal aufgefallen? Achtet da mal drauf. Sobald irgendwie Ruhe ist, machen wir Musik an, machen wir den Radio an, machen wir einen Podcast an, schauen wir irgendwelche Reels, schauen wir irgendwelche Videos an. Voll schön, dass du jetzt mein Video anschaust, aber wenn du merkst, es stresst dich gerade eigentlich mehr, als dass es dich zur Ruhe bringt, dann schalt aus. Ja, das sage ich, es schadet meinem YouTube-Kanal, aber dann schalt aus. Nein, ganz im Ernst, wenn du in der Früh aufstehst, wie geht es dir dann? Mir geht es dann so, dass ich mein Handy in die Hand nehme und irgendwelche Instagram-Stories nachschaue. Dann, während ich mich fertig mache, lasse ich oft irgendein YouTube-Video laufen, steige ins Auto, höre Radio oder Spotify und dann bin ich in der Arbeit, habe dauernd das Telefon oder Kollegen an meinem Ohr, Kundentermine und dann fahre ich wieder heim, Radio, schalte meinen Herd an, koche irgendwas, währenddessen lasse ich mich wieder berieseln, lasse über meine JBL-Box irgendwelche Musik laufen und abends flacke ich mich dann entweder vor das Handy, schaue YouTube-Videos wieder an oder irgendwas auf Netflix, Amazon Prime oder dergleichen. Wir werden gefühlt dauerbeschallt, auch selbst manchmal, wenn ich spazieren gehe, tue ich mir meine Ohrstöpsel ins Ohr hauen und irgendwelche schöne Musik anhören. Ja, die ist schön und ja, die bringt mich vielleicht runter, aber manchmal müssen wir es auch aushalten, glaube ich, Ruhe zu haben und Ruhe zu genießen und ich sage bewusst aushalten, weil das ist nicht mehr so einfach. Das können viele Leute nicht mehr. Ich merke das ja selber, dass ich dann immer etwas vermisse, aber dass wir wieder bewusst Ruhe aushalten. Genau, das ist ein Thema und eigentlich geht einher damit dieser ständige Konsum, den wir haben. Ständig konsumiere ich Leben von anderen Menschen oder auch von fiktiven Menschen. Und was macht das in mir? Ich vergleiche mich dann automatisch damit. Ich liebe Social Media, ja. Ich liebe das, wie vernetzt man das sein kann, wie leicht man an Informationen kommt, wie gute Tutorials es mittlerweile gibt und ich bin auch voll gern präsent auf diesem Kanal. Aber manchmal vergessen wir, dass das so ein Highlight-Life ist, das die Leute da präsentieren. Ich persönlich würde ja auch nie etwas posten, wo ich jetzt, keine Ahnung, wie ich mit einem Menschen streite, wie ich unzufrieden bin oder sonst irgendwas, wie ich vielleicht gerade scheiße zu jemandem bin. Auch das soll vorkommen, wie ich jemanden verletze. So etwas teile ich ja selber ungerne über mich. Und deswegen sieht man so etwas auch nicht auf Social Media. Und da dessen Bewusstsein, dass man sich ständig mit etwas vergleicht, was eigentlich verschönt dargestellt wird, ist voll ungesund. Und ich merke, dass das auch etwas mit meinem Herzen macht. Dieser ständige Vergleich, ich will das Make-up haben, ich will das Fitnessstudio nutzen, ich will die und die Klamotten haben, ich will auch diese Reise machen. Boah, ich muss unbedingt da hin. Also wisst ihr, was ich meine? Und ja, wegen all diesen Themen habe ich beschlossen, ich mache morgen einen Tag mit Flugmodus an am Handy. Ich faste Internet. Und zwar will ich da, ich muss mir das richtig einplanen. Ich will mich da aber voll herausfordern und ich bin echt gespannt, was der Tag so mit sich bringt. Weil ich merke jetzt schon, dass in dem Gedanken darauf, boah krass, ich muss da wirklich was planen. Weil wie oft schaue ich im Internet irgendwelche Rezepte nach zum Kochen? Ich muss mir jetzt kurz überlegen, was koche ich morgen? Brauche ich da irgendwelche Rezepte? Dann, wie oft organisiere ich dann irgendwas über Social Media, über WhatsApp? Muss ich irgendjemandem noch was schreiben? Muss ich irgendwas noch abklären davor? Und ich muss mir diese Ruhe einplanen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe. Und ja, nehme ich da mit in diesen Tag morgen. Ich bin gespannt, was er mit sich bringt. Warum mache ich das auch? Ich leite im Sommer immer freiwillig so ein Camp, so ein Sommercamp für Teenager. Und wir möchten da in diesem Sommercamp die Teenies auch fordern, ihr Handy mal einen Tag abzugeben. Wir Leiter machen dann natürlich auch mit. Und die Teenies müssen das nicht machen, aber wir wollen sich herausfordern und auch beobachten, wie geht es den Teenies damit. Und ich glaube, es ist die beste Vorbereitung auf dieses Camp, wenn ich das auch einmal ausprobiere im Vorfeld. Denn ja, ich glaube, das fällt mir schwer, mich den ganzen Tag zu beschäftigen. Und ich glaube, den Teenies wird es auch schwer fallen. Und dann, wenn ich das weiß und wenn ich das jetzt schon mal ausprobiert habe, dann kann ich mich ja ganz anders auch auf diesen Tag vorbereiten. Das ist auch so ein Punkt, warum ich das mitmachen möchte. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anschauen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du das gefunden hast. Und ja, teile auch deine Gedanken mit. Und ich will dich auch fordern, das auch zu machen. Teile mir dann gerne auch mit, wie es dir in dem Moment gegangen ist. Der Morgen beginnt und es wird die mobilen Daten und das WLAN und Bluetooth ausgeschalten. Und wir starten in den Tag ganz gemütlich und entspannt. Viel Spaß beim Weiterzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Was mir immer noch total hilft, ist, wenn ich mir eine To-Do-Liste mache oder auch meine Termine und meine To-Dos für die nächsten Tage strukturiert in den Kalender aufschreibe. Und das macht irgendwie einfach meinen Kopf frei, weil ich weiß, ich muss immer dran denken, sondern ich kann jederzeit in meinen Kalender schauen. Und deswegen habe ich ehrlich gesagt auch neu einen Kalender gekauft. Und was ich auch finde, was total Auswirkungen auf den Kopf hat, ist, wenn man sein Bett macht. Das ist eigentlich so eine kleine Aufgabe, aber trotzdem tut sie gut, wenn man dann ins Schlafzimmer kommt und man sieht ein sauberes Bett und natürlich frische Luft und Natur. Wundert euch nicht über diese Aufnahmeform. Ich habe versucht, ein TikTok beziehungsweise in Hülle zu filmen, deswegen Hochformat. Sorry, und habe mir gedacht, ich blende es jetzt einfach mit ein. Ich habe Wäsche gewaschen an dem Tag. Da schaue ich normalerweise vor allem beim Wäsche zusammenlegen immer irgendwelche Videos an. Also das war für mich auch voll die Umstellung. Und ich habe einen ganzen Sack Klamotten ausgemistet. Das hat auch meinem Kopf irgendwie gut getan. Und dann war ich zum Schluss nochmal spazieren. So, hallo ihr Lieben. Ich habe mir gedacht, ich beende hier mein Video heute. Ich bin jetzt gerade noch spazieren und habe meine Kopfhörer wirklich nur dabei, damit ich dieses Auto filmen kann. Und teile jetzt noch ein paar Gedanken mit euch. Erstens macht es einem das Handy manchmal schwerer, als man denkt, aufs Internet zu fasten, weil ich habe in der Früh, wie ihr gesehen habt, ja mein Internet, also meine mobilen Daten, mein WLAN bewusst auch und auch mein Bluetooth ausgemacht. Und bin dann zu meinen Eltern gefahren, habe dort meine Schwester abgeholt. und ich kam dort dann an im Hof und schon hat sich mein WLAN automatisch mit dem meiner Eltern verbunden. Weil irgendwie kannst du immer nur das hiesige WLAN deaktivieren für einen Tag und am nächsten Tag verbindet es sich dann automatisch wieder. Und wenn du in eine Fremdes kommst, dann ist es wieder an. Also so ging es mir auch, als ich dann zu Hause ankam. Dann ging es wieder an, hat sich wieder damit verbunden, automatisch und schon... kamen die ganzen WhatsApp-Nachrichten rein. Deswegen war ich nicht ganz ohne Internet bis jetzt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich für einiges jetzt doch Internet brauche. Also gerade WhatsApp finde ich es richtig schwer mittlerweile, weil einfach so viel darüber ausgemacht wird. Ich muss jetzt für heute Abend noch für einen Gottesdienstmorgen ein paar Folien vorbereiten, den Ablauf schicken an das Team, das morgen zuständig ist und so weiter. Und dafür werde ich auch meine E-Mails nachher noch brauchen. Also muss ich leider doch das Internet anmachen. Aber ich werde auf jeden Fall auf YouTube, WhatsApp, Entschuldigung, YouTube, Instagram und TikTok verzichten. Und Snapchat habe ich eh nicht. Diese Apps werden bei mir ausbleiben. Ich blende euch hier auch ein Bild ein von meiner Screentime heute. Von diesen sozialen Netzwerken sieht man ja dann immer. Ja. Mein Fazit, also es ist gar nicht mal so leicht, gerade so das Organisatorische ohne Internet zu machen. Das war jetzt auch nicht mein Ziel, dass ich schaue, wie es mir ohne Internet geht, sondern mein Ziel war ja eher ein bisschen Ruhe reinzukriegen. Und das will ich auch bewusst machen. Ich bin überrascht, wie viel ich heute geschafft habe. Also Wahnsinn. Unglaublich. Und das Ganze ohne Stress. Also es hat mich null gestresst, weil ich einfach immer nur eine Sache gemacht habe und nicht nebenbei noch ein Video angeschaut habe oder nicht nebenbei noch eine Sprachnachricht aufgenommen habe oder nicht dies und das. Also das ist so mein Fazit zu dem Ganzen. Organisatorisch ist es richtig schwer ohne Internet. Ohne Social Media, finde ich, ist es oft leichter. Ich bin aber auch ein bisschen gespannt, wie es mir dann geht, heute Abend beim ins Bett gehen, weil ich finde, abends tut man auch immer ganz gerne, naja, halt irgendwie noch rumscrollen oder irgendwelche Videos zum Einschlafen anschauen. Da bin ich gespannt, wie es mir geht. Aber ich werde es durchziehen und hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so war, lass gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du kommst zur Ruhe und ich hoffe, du kannst auch irgendwas an Mehrwert aus diesem Video ziehen und freue mich über eure Kommentare, wie es euch mit dem Thema geht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Deine Lana. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.